Oh, Boomerangwerfer. Ja, Boomerangwerfer. Hallo. Man kann doch gar nicht laden. Man kann doch nur quitten. Huh? Hä? Toll. Bin ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich war zu hektisch. Ich war zu hektisch. Ja. Ja, schmeiß mich mal ein bisschen nach ganz vorne. Ist klar. Oh, lol. Die Röhre ist. Oh, lol. Ja, stimmt ja. Die Röhre ist doch frei. Na, schaffst du das? Ich wollte mich so vorstellen bei dem... Hallo, guten Tag. Was ist denn damals? Äh. Dem, 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 dem. Frey. Ja. Oh, Pilz ist... Kann ich das nochmal machen? Ja, toll. Pilz ist wieder da. Klar, immer links. Oh, halt die Fresse und lass mich laufen. Ich will diesen Pilz. Konnte man auch rausführen, wie man ihn einsetzt, oder? Na ja. Kannst rausführen. Ich hätte gleich bei dem einen Level hätte ich das anderen genommen. Ich hätte die beiden Sachen genutzt. Ich glaube, da kommt die behinderte Sonne. Du meinst, bei dem Level? Aber guck erst, guck erst, bevor du es nutzt. Ja. Wenn dabei kam die behinderte Sonne. Ja, da ist sie. Du, 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 du. Die fliegt dann immer so hoch und runter, glaube ich. Wää! Ich hasse das Level. Mit dem Treibsand. Weee! Ey, lass mich raus da! Ey, du Arsch! Lass mich raus! Stimmt ja rüberspringen Oder reinrutsch in die Schildkröte Wir sind so am fehlen Wie immer Du hast einen Stern Was ist das? Setz doch einmal ein Herrlich Verändert einfach die Musik Nein, der hat die Oma Rang-Typ eingeschlafen lassen Achso Das habe ich gerade nicht gesehen Spring Zu früh Da musst du fliegen können Naja, musst du nicht Hä? Ich bin Mario, ich dreh mich, ich dreh mich Oder so Ach nö Oh, hier die Schaffung sind Deswegen kam die behinderte Sonne Wir müssen halt schaffen, getrennt zu sterben Pennen ja immer noch die Dinger Ach nö Ach leck mich doch Nicht schon wieder Weil ich es geschafft hatte Ja Ich komm wieder Profis wieder am Werk Bremsen ist die Scheiße frei Die schlafen jetzt drei Runden lang Oder so Nee, das ist ein Süder Bam, 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 bam Wir können das Spiel so perfekt Ja Wir sind super in dem Spiel Weißt du noch Alles klar Hallo Geht's? Ach ja Das Fällen hoch drei Mal vier Nee, wir tun jetzt erst mal das Content in die Länge strecken Das Fällen hoch drei mal vier Hallo Tschüss Content in die Länge strecken ist was Standard Standard langweilig Hallo Oh, wie ich die Dinger hasse, ne? Tschüss Was? Warum ist da Darum Warum sagst du nichts mehr? Ich wollte ja was sagen Weiß ich nicht Komm da eh nicht hoch So kleiner Scheißer bin ich Willst du das schaffen? Ach, das schaffe ich eh nicht Papa Wenn ich sage, ich schaffe das nicht, schaffe ich das doch Das ist richtig Ich habe es drauf Ja, ich will noch Münzen sammeln Hast du noch was? Also Geld direkt Arschloch Ich will einen Stern Du Tinksters Beautiful Oh, jetzt muss ich das ja machen Ja Dann kriegst du da wieder einen Ja Dann kriegst du da wieder einen Haaah Na, wenn ich das schaffe, dann kriegst du ja wieder so'n Kackpilz Hast du auch mit einem Porsche denn durchrennen können? Oh Den hast du auch noch Stimmt Gleich Wie war das? Beides einsetzen und durchfliegen oder was? Erst die Feder Das erst Ja, und dann die andere Ok Die ganze Zeit durchfliegen Einfach fliegen, 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 fliegen Halt, einfach drücken, dort, 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 dort Achso Weil du behござ. Junge Ja, ich weiß Ich bin super in sowas, weißt du doch Ich dachte, du warst vorher schon mal fliegen Ich hab sogar alles verschwendet Mh, ich habe es gemerkt Und stirbst. Nein! Oh. Das hätte man jetzt so schön schaffen können. Und stirbst auf Feuer. Auf Feuer. Ihr habt die Eiskalt verarscht! Oh. Aber ich hab's noch geschafft, also sei ruhig. Du hast jetzt die guten Sachen, weißt du? Nein! Ich wusste das nicht mehr mit dem Fliegen, du Affe. Ey, ich dachte jetzt vorher aber noch den gehabt. Nein. Du weißt was, ne? Mitte. Ich hab keinen Bock. Ich wärme mich jetzt einfach dagegen. Ich nimm einfach die Mitte. Guck mal. Ich wärme mich einfach dagegen, ich nimm einfach die Mitte. Arschloch. Hier lang. Und damit. Ich glaub da war ein bisschen zu kurz eben. Oh. Scheiße. Ich hab meine Leben. Ja. Hm? Ja, das ist klar. Trotzdem. Wahrscheinlich. Butts. Although. Das ist ein Pilz drin oder ne Feder wär zumindest gewesen. Hallo, stresst dich. Ja, du mich auch. Schloch. Nur 2. Nee. Und dann noch bei der Röhre, Stein. Oh, wenn du stirbst, ist der Durchgang grüner Weg. Hm. What the fuck? Der Kettenhund. What the fuck? Da hab ich nichts mehr. Gute Liebe. Mal gucken. Er ist behindert. Also noch einer. Ich glaub, das ganze Level besteht aus Kettenhunden. Du kannst als kleine Mann auch noch da drunter gehen. Ich weiß. Und? Hallo? Verfickter Kettenhund. Fick dich. Also nicht einschätzen, wie lange er ist. Haha, wie lange er ist. Pfff. Spinner. Dem, 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 dem. Ja. Manne, 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 manne. Schaffst du auch nicht darüber. Pfff. Ne. Kannst ja probieren. Ja. Probieren geht über Studieren, ne? Ich hatte ja auch kleine Karten. Oder man mach's so. Muss ja nicht recht gierig sein. Ne. Pfff. Du gieriger Hund. Pils. Sei mein. Nein. Ich wollt grad sagen, irgendwo, der ist rutscht da rein. Das ist aber immer zu geil. Hör auf. Ich will nicht mit dem Bummerang spielen. Hm? Doch willst du. Du willst immer Bummerang spielen. Nein. Der sieht mich nicht. Jetzt kannst du ja wieder zurücklaufen. Ne, ne, ne. Ich laufe nicht zurück. Dann nimmst du einfach den Weg oben lang. Was? Ich hab da unten gedrückt, du blöder Hund. Hast du nicht. Bist wieder hochgegangen. Hast du doch gesehen. Bummerang, man. Einfach laufen. Nein, da gibt's Münzen. Ja und? Ah! Ausgetrickst! Vor allem kurz vorm Ziel ist das Mistvieh da, ne? Hä? Wüster, Wüster, Wüster. Nee. Ich weiss nicht, du musst die Wüster nehmen. So sieht es auch in der Wüste aus, ne, in der Erde. Ich wollte gerade schon sagen, tolle Wüste. Da ist ein Pilz. Du willst aber sterben. Von der blauen Schülfritte. Deine Oma stinkt nach Fisch. Aber die manche Zaun sich gleich gemacht haben, ne? Ach ja, geht bei denen gar nicht. Ach, fick dich doch. Wow. Toll. Ja, jetzt musst du oben lang gehen. Alles deine Schuld. Oh, ne, den musst du mitnehmen. Hm, ich hab's gemerkt. Ach, fick dich doch. Ich geh da lang. Ich hätte jetzt gedacht, du stürzt jetzt noch mal ab. Jetzt geh ich da lang. Aha. Toll. Ey, das ist doch ein reiner Elgarten. Ich drücke, ich drücke, ich drücke springen und er macht das nicht. Wie viel jetzt aber zu ist. Nein, die Wüste. Nein, ich hab unten noch ein Leben. Geil, der Tunnel ist frei. Boah, das ist so kacke, das Level. Nein, das wurde nur nicht für uns gemacht. Die Sache ist, du kannst doch fliege... Jetzt kriegst du doch einen Flieger raus. Gar nicht. Jetzt kommst du auch so da durch. Das ist doch viel einfacher so. Kannst du da rein? Ich glaub, da kommst du gar nicht weiter. Komm her. Sag ich doch. Hey, wie war mir das klar gerade? Ich weiß nicht, warum. Nein. Das war nicht. Wenn ich nicht wild war, hat das Ding nicht gezählt. Das ist so asozial manchmal, ne? Was? Ich war doch im Bild. Vielleicht nicht weit genug. Jo, nicht weit genug. Dimm, 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 dimm. Was musst du da? Oh, weil ich ein Genie sein wollte. Ein Genie? Hallo. Kommst du nicht rein? Ja, das hättest du dir wohl gedacht, mein Freund, ne? Und du dahinten, du Spassalacto! Bei mir aus, dann kannst du das ruhig schaffen, das Level. Nee, das war's. Oh, Mann! Hallo, ich hab keine Zeit mehr. Der hätte... Klasse, genug Zeit noch. Ahahaha! Komm zurück! Das ist so gemein. Echt. Lass mich wieder schaffen! Lass mich wieder schaffen! Gemeine Kacklevel. Nein, Mama! Du bist so behindert, Flash. Nein, Mama! Nein! Der Kaktuswerfer unten. Der Kaktuswerfer. Okay, du darfst einmal rechts nehmen. Nein! Doch, nimm! Nein! Rechts. Du hast einen dummen Pilz bekommen. Tja. Weiß ich, ich hätte auch den Pilz gemacht, ne? Aber wegen dir kam ich ja nicht mehr zurück. Weil du ja Level 3 und die Wüste hattest. Ja, alles klar. Ja, siehst du, du musst ihn noch machen. Das ist voll arschig! Ist es auch. Du musst eigentlich so schnell sein, dass du alle Wege durchgehend hast. Und dann kannst du einfach abstürzen. Ja. Egal, jetzt kriegst du ja hier vielleicht die ganzen... Vielleicht kriegst du ja irgendwelche Feder draus oder so. Oder ein Stern. Ich seh nix mehr. Was ist AIDS? Vor allem die Sterne halten eh nicht lange. Nö. Aber das ist gut. Warte mal. Da kannst du. Wie kleiner Mann. Was bringt das hier oben? Nein! Oh, da wär bestimmt was gewesen. Ach, wenn nicht. Vor allem wie laut das ist, wenn die immer aufprallen. Fuck. Oh lol. Scheiße. Hörst du das? Ja, jetzt hängt der da unten irgendwo fest. Du musst zurückgehen. Nee, komm ich nicht mehr. Ja toll, wie kommst du jetzt zurück? So. Du musst jetzt immer zurückgehen. Ja, du musst schnell... Toll. Ja. Nö. Nimm der erstmal da fest. Muss ich schneller sein, das Schildkröte. Ich spring einfach da rein. So meinst du? So ne Chance hätt es eh nicht gehabt. Ich wollt grad hoch springen, aber nein. Halt die Fresse. Du hattest fliegen, du hattest alles. Deine Mutter. so mein freund mit dir bin ich heute noch nicht fertig ja ja ich werde mich den weg jetzt frei glauben da bei dir da oben weil ich ein sozialer mensch bin trotzdem muss ich noch mal machen aber so komme wenigstens dahin oder ich versuche das schloss einmal das heißt wir hätten vielleicht den hammer noch übrig soll ich schloss versuchen oder freikloppen freikloppen wegen dir ja ich will schloss machen hey bist du dumm warum machst du nicht frei du bist doch eh nochmal dran gewesen ja aber ich habe doch danach sowieso hammer wieder geht doch nicht weg arschloch ich glaube vielleicht schaffe ich das schloss dann sind wir weiter mhm du verreckst doch wenn ich verrecke dann bin ich halt und du musst halt nochmal an level 3 spielen mhm du mich auch ach schwach ich hätte den scheiß auch freigemacht du affe warum freimachen man kann es gleich noch aufheben wegen was wegen was also dir vielleicht kommt noch irgendwas wichtiges wo man vielleicht hin muss oder so ich möchte irgendwas anfangen du wolltest doch nur nicht dass sie da weiter kommen doch schon jaja das sagen es ja alle und dann passiert so eine scheiße batman mag das spiel hast du den trailer von batman vs. superman gesehen? ok guck ich mir aber auch nicht an weil ich den mag ne Mag Superman nicht. Du solltest geradeaus weiterrennen. Ja. Ich dachte auch so, hä? Bild weg. Oh. Plopp, 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 plopp. Ist das Ding echt wieder aufgetaucht? Den du platt gemacht hast? Da dachte ich sich auch so, nö. Nö, ich komm wieder. Hm, Idiot. Ah! Idiot. Idiot. Kicke dich. Sag ich doch. Chalte Maul. Trottel. Chalte Maul. Siehst du, ist auch noch Game Over. Chalte Maul. Ich habe wenigstens einen Hammer, okay? Ich kann mich da freiklocken. Ja, du hast einen Hammer am Kopf, ich weiß. Und in der Hose? Oh nein, das Schiff.